So, da wären wir wieder, weil ich jetzt aber echt schlimm stelle, scheiße, 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 oh diese verdammten Coinblocks, die sind echt überall, wie soll man das machen, wenn man da jetzt ankommt, so und nein, ah ok, ok, warte, ich hab's raus, so und, oh na na na, ok, ich weiß wie, ich bin nur zu schnell, ja, jetzt, oh. So, nein, oh Gott, so schnell kriegt man's gar nicht hin, so, da rüber, da rüber, da rüber, jetzt bin ich auf einmal zu langsam, da rüber, jo, also, da rüber, dann da, und dann warten, damit man dann nicht mehr da hochkommt, scheiße, ja, haha, na, Oh, jump, nein, ok, da kann man glaube ich durch, oh, 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 nein, spring da rüber und da, nein, knapp, knapp, oh, ja, 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 oh, ja, Mensch doch, nein, ja, genau, sehe ich auch so, Hm, muss noch ne Runde warten, scheiße, hä, wie soll ich da hin hochkommen, oh, ich mach mal einfach, ja, ich mach einfach so, wow, ok, kommt ne Kreissäge geflogen, oh, das, das ist ganz schwer, das ist, sehr schwer, scheiße, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht hab, soll ich jetzt da oben lang gehen, ich glaube, ich bin nochmal oben lang, nein, 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 ja, das war schon mal nicht, nein, 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 ich hab gesaved, ja, ok, dann muss ich das jetzt von unten versuchen, scheiße, Oh, ok, ich muss von, bevor ich, ja, erst mal untergehen, rechts auf die Pflanze, knall, ah, ok, ok, das geht, das geht noch, das geht, oh, spring noch ab, du, oh, ok, ich muss jetzt hier so, uh, hier so, uh, hier so, uh, und dann da, Oh, ok, genauso, 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 nein, 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 ah, also meine Grafikkarte kann ich gestern nicht bestellen, weil da stand gestern, die kommt heute an, jetzt steht heute, die kommt heute an, wahrscheinlich kommt sie doch erst morgen an, muss ich gucken, wenn sie ja nicht ankommen, Jetzt spring doch rüber, verdammte Scheiße, nein, ich hab das doch, eh, oh, das hat keinen Sinn mehr, ey, oder, hat das noch einen Sinn, muss noch einen Sinn haben, nein, ok, 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 das, das geht noch, ich geb jetzt nicht auf, ich mach das nicht nochmal, Nein, 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 na, ha, 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 ok, wieder von vorne, und zwar von hier, hui, nein, scheiße, So, nochmal von vorn. Wuhu. Nein! Hui, scheiße. Okay. So. Oh. Verdammt. Okay. Oh, nein! Viel zu weit hoch. Oh, war das gerade schlauer zu speichern. Joa. Ah, nee, nicht wirklich, oder? Doch, doch, doch. Das wird. Oh, wie soll ich von da denn jetzt... Ja, das ist ja immer richtig geil. Aber es geht doch nicht. Ich bin echt der Meister am Salon, ey. Oh, warte. Ich hab ne Idee. Okay, das wird doch wieder nichts. Oh, fünf Minuten hier. Sog ich schon. Ich stelle es aber echt schlimm. Okay. Aber ich muss, glaube ich. Ja. Nein, muss. Äh? Okay, ich probiere es nochmal von unten, aber diesmal besser safen. Ja. Das muss doch so gehen. Ja, so nicht, aber so ungefähr. Ja, 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 jetzt darf ich mich nur nicht versafen. Hurra. Scheiße. Okay, jetzt muss ich hier wieder runter und dann da wieder hoch. Okay, wie geht ihr jetzt hier da runter? Okay. Scheiße, ich muss hier wieder runter. So, dann geht er da auch einmal wieder runter. Dann geht er hier wieder hoch und dann geht er da nach links. Das heißt, ich muss hier hoch springen. Dann geht er jetzt da rüber. Oh Gott. Nein, ich bin überall rüber gesprungen. Verdammt. Ja. Was? Wo geht der denn jetzt rüber hin? Ach, nö, ne? Ja, sehe ich genauso. Okay. Ich springe jetzt von... Ja, hör mal doch. Ah, okay, okay, okay. So, und dann geht es runter. Und ich lebe. Und ich lebe. Und ich lebe. Oh. 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 Schweres Level, aber geschafft. Oh, ja, okay. Vielleicht spiele ich nach Kai so cooler cool. Falls das jemand kennt. Das dürfte noch schwerer sein. Ja, es geht was schwereres als Kai so. Dann könnte ich ja mal den TRS davon angucken. jetzt muss ich auch dieses komische teil scheiße 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 verdammt so rüber und dann drauf und dann und dann nein komm schon nein nein das gibt es nicht jetzt so scheiße oh gott was habe ich da oben auch gesaved gott ich komme gar nicht mehr auf das ding da so ein kleines ding das gibt es doch nicht nein was nein was mache ich hier scheiße ich bin hier nur um versafen ok 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 ja ja applaudiert mir ich bin der meister also nach dem level hat man echt einen applaus verdient würd ich mal so sagen ok 5 minuten nochmal oh ne das geilste level das ist eigentlich oder gerade ganz vergessen mal gucken welches das denn war ach nein ok hier gab es eine stelle die habe ich nicht geschafft die hat mein voler für mich mit ganz ganz viel geduld gemacht wie geht das denn jetzt hoch naja hä wie soll ich das denn jetzt machen hoch da das geht doch nicht jetzt ist gerade perfekt los hoch da hoch da ach wow knapp ok ja haha geil hä ok ich habe eine theorie jetzt oh ok ich habe eine gute theorie so scheiße das ist nicht so leicht wie es aussieht irgendwie trifft einen immer mit seinem tollen schwanzinn hoho so ok das wird jetzt auch wieder schwer ok ok jetzt rüber oh god ja jetzt schießen ja oh man ja puh ok da 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 ein paar geisterlein nö so jetzt müssen wir in der lücke da runter und dann auf die nächste lücke warten jetzt haben wir jetzt noch einen scheiße so jetzt schnell dahin so jetzt müssen wir hier warten bis die lücke weg ist und dann durch die eine geisterei da durch ich blicke hier gerade nicht mehr durch ah jetzt ja ungefähr so so und jetzt müssen wir wenn die weg ist ganz schnell da hoch ungefähr so oh ne jetzt kommt dieser Bullshitgeist den kennen wir ja schon aus dem ersten teil der mit seiner tollen lampe da durch die gegend fladdert und ich hasse ihn falls man das noch nie bemerkt hat so das ist die unmögliche stelle ich weiß echt nicht wie das gehen soll ich saß da stunden dran ich hab's nicht geschafft ich weiß nicht mal wie mein Bruder es geschafft hat weil ich da nicht zugeguckt hatte weil ich voller Wut was ah ok ok ich wusste es ich habe nie gewusst dass wenn man während man rennt und schwimmt die Faltes nach unten drückt dass er dann nur kurze schwimmer macht das habe ich nie gewusst und das habe ich jetzt gerade rausgefunden also einfach nur im richtigen Takt erlang schwimmen scheiße scheiße oh du kackgeist mein jetzt oh kannst du was anderes ausmachen ja wie soll man da jetzt wieder dran vorbeikommen ungefähr so scheiße brauch nicht oh 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 man verzieh dich eh jetzt oder auch nicht what the fuck nein ok durch diese Wolke kann man durchfliegen ja fliegt direkt in mich rein ey das geht doch nicht wenn er seine Bullshit Flamme dahin hält oh nein yo perfect hab ich eigentlich gesaved? äh nö oh das kann sehr sehr lange dauern ich frag mich gar oh ich kann es auch rausschneiden aber es hat keinen Sinn mehr der Part geht nur 50 Sekunden und beim nächsten Part ja nein oh scheiße save ich direkt bei dem Geist das war ja mal auch ok perfekt ja halt deine Flamme wieder in mich rein man ich bin kein rotes dänisches Würstchen jetzt verzieh dich oh oh entscheide die doch mal wo du lang willst ne das wird nichts mehr oh das ist echt schrecklich jetzt oh der fliegt auch immer wieder direkt in einen rein jo immer noch ok der Part ist der Ende tschau ja